Musik 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 Essen gut so hungrig traurig leicht verletzt so sehr gut oh gott ok ja mutter den mal auf auf jeden fall ok so dafür bräuchte ich holz alles klar was könnte ich noch brauchen eigentlich wir stellen das her bisschen aufhält und so radio platzieren wir machen das radio eventuell doch woanders hin eigentlich sind wir hier am meisten platzieren ja gut Marco dann macht du mal ja die brauchen essen ganz dringend essen ja machen wir das gut gut hat der der hat keine waffenteile leider ok müssen jetzt sowas aber wir haben extrem viel hier genau so 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 okay gut gut okay jemand zu töten ist nicht klug in dem spiel so 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 gut bruder ist wieder besser drauf hoffentlich und wir hören wir hören das so 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 dass die Okay, es soll also noch warm bleiben. Musik haben wir auch gefunden. So. Traurig, traurig, perfekt. Gut. Du pettst im Bett. Du schiebst Wache. Du gehst plündern. Lagerhaus. Okay. Eine kleine Gruppe Banditen. Okay, da kann ich nicht hin. Etwas teilen. Perfekt. Reisebüro. Vorsicht ist geboten. Kleines Wohnhaus. Eine Menge Lebensmittel. Okay, versuchen wir es. Nimm mal dein Messer mit. Gut. Und... Ja, gut. Gut, für super Reinschleich. Hätte ich mal die Schaufel mitgenommen. Okay, da ist nichts. Mal hier rein. Die hat mich nicht gesehen. Leck mich in den Arsch. Okay. Was ist da so? Ein Fenster wahrscheinlich nur. Mal da rein. Guck, was da hier ist. Guck, da mal rein. Oh, sieht doch gut aus. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Okay. 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 Jetzt stecke ich mich mal hier so. Huiuiui. So. Wir noch nicht mal Feuer. Oh Gott. Lauf. 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 Huiuiui. Okay gut. Bittl was zu futtern. Bittl was zu... Weil sie nicht mehr alles mögliche haben wir. Okay. Das ist gut. Okay. Alter. Okay. War schon jetzt bittl... Bissl knapp. So. Alles gut. Ach nee. Wir wurden schon wieder ausgeblendet. Leicht verletzt. Okay. Okay. Okay gut. Na wenigstens. Marco ist hungrig. So. Geh mal was kochen. Bitte. Okay. Okay. Ach. Gott sei dank. Oh. 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 Wir haben kein Holz mehr. Aber wir haben jetzt erstmal wieder genug Futter. Okay. Wir können jetzt ein Buch verbrennen. Gefällt mir auch nicht. Sorry Leute. Ja. So. Dann können wir das hier machen. Herstellen. Okay. Du Futter mal was vernünftiges. Dann bandagier dich. Und dann ruhe dich aus. So. Hungrig. Traurig. Müde. Natürlich. So. Geh was futtern. Ja. Mussten wir ja wohl machen. Sorry. Aber hm. Und scheinbar kann man die Gruppe aber auch nicht erweitern. Irgendwie. Ach fuck der ist auch müde. Naja. Überleben sagt nichts. Sorry. Gut. Haben wir wieder alles. Erledigt. Traurig. Traurig. Müde. So. Der pennt mal im Bett. Der soll Wache schieben. Du gehst plündern mein Freund. Reisebüro. Ruhiges Haus. Kleines Wohnhaus. Bordell. Gucken wir mal was da drinnen ist. Nehmen wir uns ein Messer mit. Für alle Fälle. Und dann geht's los. Du bist ein schneller Läufer. Also kriegst du das auch hin. Muss vorsichtig sein. Gut. Holz. Das ist mal wichtig. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Gucken wir mal was da hier ist. Nix. Aha. Okay. Da ist eine Wache. Okay. Geh in die jetzt eventuell. Geh in die jetzt eventuell. Okay. Okay. Ich glaub wir räumen erstmal hier den Weg frei. Falls wir doch auf einmal weglaufen müssen. Okay gut. Gut. Das heißt ziehen die jetzt ab. Oh wenn die jetzt abziehen. Das wäre Hammer. So was haben wir hier. Hier ist nix. Was. Was haben wir hier. Das. Lauf. Oh Gott. Okay. Der ist gerade noch so wegkommen. Stand da einfach einer. Aber der hängt sich wenn er jetzt noch an umbringt. Ich glaub ich meine. Ich glaub gehört zu haben dass das geht. Gut. Wir haben nicht viel. Gar nicht viel. So. Pablo ist hungrig und müde. Hungrig, traurig, müde. Müde. Müde? Aber. Wacht das mal. Hungrig und traurig. Sorry aber. Okay. So. Erstmal auf Feld Selbstversorger machen. So. Futterball war's. Dann geh pennen. Dann geh du was futtern. 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 Ja, wenigstens. Das war... Warte mal, das heißt, vielleicht ist die Nacht jetzt das Lagerhaus sicher. Wenn die das gesagt haben. Boah, dann gehe ich mit dem im Großen. Oh ja. Im Bett schlafen, Wache stehen, plündern, Lagerhaus. Vorbereiten. Ja, nehmen wir die Schaufel einfach mit, scheiß drauf. Und das hier, plündern. Go, go. Kollege. Das ist die Frage, ob da noch Leute sind oder da ist wer. Da ist wer.